hallo liebe freunde willkommen zurück hier im spielepartys mit mir the maxi und wir sind wieder im sonnenblumenfeld was wir da sollen keine ahnung wir haben noch mal nachgeladen gehen einfach mal auf die scheune zu damals sind menschen mit fackeln darauf zugelaufen momentan sieht die noch ganz frisch aus ok mal sehen was wir hier so noch finden ok money ist immer gut bevor ich jetzt reingehe werde hier draußen erstmal alles absuchen hier irgendwas nö hier liegt ein bolzen sehr gut können wir auch immer gebrauchen geht's rein vielleicht auch nö ist nur ein fenster ok und hier sind wir dann schon fast wieder rum da liegt noch was oh sniper bullets ok habe ich das noch auf der vier ja ok hier haben wir den bolzen ok kann nichts gutes bedeuten freunde kann gar nichts gutes bedeuten ich weiß dass du da bist das ist rubik ich höre dich atmen kann ich hier noch irgendwas aufschauen ok lachte ihn aus nein oh die mögen sich glauben sie können unser ganzes land aufkaufen den werden wir zeigen das land wirklich gehört ok die beiden waren da drin und das wurde angezündet auch noch mit benzin ich glaube da sind kinder drin ich habe nichts gehört na toll solche idioten kein wunder dass dann so ein psychopath entsteht oh gott toll ja da war ein fenster ja wundervoll da ist eine leiter kann ich hier hoch hallo leiter dämlich hier irgendwas müssen wir doch damit machen können oh ok so geht es auch ich hätte ja eher gedacht dass irgendwas mit der leiter passiert so und jetzt wenn hier irgendwo ne hallo bringt mir das jetzt was gar nichts wunderschön und das ah ok alles klar jetzt bringt mir das was vielleicht ich weiß allerdings noch nicht was ich gehe da mal rein hallo hier brennt's und ich kann ja gar nichts machen nö nö kann ich hier irgendwo hochklettern hä ist nix muss doch jetzt irgendwie gehen leiterste halten jetzt darf ich da schießen ok alles klar alles klar wie dumm waren das streichhölzer oder könnte ich was anzünden ich kann das noch mehr anzünden ne danke jetzt wow so ja jetzt habe ich richtig ein problem ja ich freue mich ist das nicht das ist doch bestimmt oh hier ist ein Bolzen und hier ist Moni alles klar dass der geist von von der guten ist hier jetzt schon der hier drin gefangen ist ich habe keine ahnung aber hier manifestiert sich auch niemand oder nichts ich meine es sieht mich zwar aber hier passiert nichts ah ah geht nicht auf oder oh hallo nö was passiert denn da jetzt oh Gott was zur Hölle ah nö ne das ist schon richtig aber er mit er mit ah halt's auf na jo wird schön mal wird schön mal hallo war ich da zu weit weg dafür oder was ah Muni da kam Muni raus mhm hier sind hier ist auch noch Muni schnell nein nicht aufladen ok ok konzent gibt mir irgendwas oh Gott ok ja oder ist das Rubik der um sie trauert weiß auch nicht ja ist Rubik aber da kann ich doch nichts dafür ich habe nichts gemacht was da wirklich abgelaufen ist ist ja echt krass du musst was essen sonst wirst du zu schwach ok meine Kinder ich will Beatrice wir haben das doch besprochen oh wo ist die denn ist die weg aber das ist das Zimmer ist das von Rubiks Eltern und ich habe gerade Musik gehört da kann ich mich durch zwängen was ist hier ist zu ok na dann zwängen wir uns mal durch ne was sollten wir hier sonst machen kann nur Schlimmes bedeuten oh krass Kapitel 9 überlebt ja ich bitte darum zu speichern sehr schön ok na dann nächstes Kapitel wir haben Rubik überlebt Freunde also nicht überlebt überlebt aber ihr wisst ihr wisst was ich meine ok jetzt sind wir hier angekommen sieht sehr vertrauenserweckend aus hier ist nichts weiter na dann gehen wir halt wieder runter Kanalisation Kettensägen Mensch was wer weiß was da kommt wir haben schon so viel überlebt dann werden wir auch das überleben hoffe ich oh klingt nicht so toll und natürlich die hübsche mit den vielen Armen und Beinen was auch immer das war die haben wir auch überlebt wie viele hast du getötet oben nein nicht hoch Zahlen sind irrelevant sie haben bekommen was sie gegeben haben und sie haben einem höheren Ziel gedient meine Forschungen vorangebracht das war nicht bloß Forschung das was diesen Menschen zugefügt wurde diese Fall dieses Ungeziefer diese Mikroben sie sind mein und ich verfüge über sie mit allem hast du recht es war nicht bloß Forschung ich bin der Perfektion das ist abscheulich ja das ist mein Wille okay krasser Shit muss ich schon mal sagen der hat echt heftige Experimente gemacht wir hätten noch so viel mehr aufsammeln können na egal hat vielleicht auch ein bisschen zu viel Muni verschossen so was ist das jetzt hier Notiz aus Keller im Anwesen mir wurden meine Kinder genommen war es Schicksal war er es doch nicht mein perfekter Sohn es war das Feuer es hat alles zerstört alles fortgerissen die Kinder haben sich verändert und Ernesto auch er hat gesagt er würde sich um sie kümmern sie beschützen aber jetzt sagte er sie sind weg wie kann das sein eine Mutter würde so etwas spüren ich höre immer noch die Stimme von meinem süßen Jungen sein Lachen und immer aus dem Keller das kann nicht sein eine Mutter braucht ihre Kinder okay welche Mutter ist das die von Laura die von Ruvik ich meine Ruvik hat ja seine Eltern umgebracht sowieso ist er oh kann ich nachvollziehen na schauen wir doch mal was jetzt hier ist wer ist der Typ nebenan Ruvik vielleicht bestimmt ich sehe niemanden hm hallo ich will mal noch nichts speichern ist hier irgendwas Neues nö hier irgendwas ja zwei Tote bei Autounfall wohlhabender Grundbesitzer und Ehefrau kommen bei Autounfall ums Leben Albtraum für Familie die Leichen von Ernesto und Beatrice Victoriano wurden im Wrack ihres Wagens gefunden Sohn erbt Familienbesitz okay denn wir hatten doch gesehen wie Ruvik vor seinem toten Vater stand und Mutter also irgendwie ist das sehr einheitlich dass sie bei einem Autounfall jetzt ums Leben gekommen sind so na dann setzen wir uns mal kann losgehen okay Lebensanzeige nicht Sprintdauer Nahkampfschaden ich weiß auch nicht ob das unbedingt so viel bringt bei denen die jetzt neu dazukommen Feuerrate ich weiß nicht die Pistole die gefällt mir halt echt nicht so sehr Magazinkapazität oh Gott ich kann schon gar nicht mehr reden könnte man hier mal erhöhen könnte ich zweimal erhöhen ich will hier mehr mitnehmen können Feuerrate Nachladegeschwindigkeit okay hier könnten wir dann auch mehr Spanngeschwindigkeit Reichweite da muss ich ja noch weiter weg oder wie weit ich die schießen kann das wäre natürlich gut jetzt muss ich nicht so nah ran so dann haben wir das Maximale aus den Punkten gerade rausgeholt denke ich jetzt gehen wir speichern und dann gehen wir wieder zurück wo auch immer hin hallo ich will hallo da war's ich hatte schon Angst dass ich nicht speichern darf so Freunde ach Moment ich wollte mal gucken ob wir hinten noch Muni haben naja du weißt doch was hinter der Tür ist du machst es nicht immer so spannend ist hier noch irgendwas hier liegt noch ja dachte ich es mir doch wusste irgendwie hatten wir da noch Munition und die brauchen wir auch definitiv oh ich hab noch ne ich hab keinen Schlüssel mehr oh schade aber wir werden schon noch ein paar Schlüssel finden genau jetzt hier durch und die Dome schneller auf und jetzt hier nicht durch den Spiegel okay dann müssen wir wohl doch nochmal dahin wo es klopft klopf klopf hier ja haben sie eine Ahnung warum diese Welt so ist wie sie ist was wer sind sie es ist Hass Hass Rufix Hass sein Hass verzehrt ihn er will heraus er strebt nach Rache er will was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat nicht dass er es tatsächlich bekommen könnte nicht dass er es tatsächlich bekommen könnte diese Welt existiert so lange wie er es tut haben sie gerade etwas gehört ja ja aber das war mir schon fast klar der will Rache dafür dass sie seine Freundin umgebracht haben okay tja dann können wir jetzt bestimmt zurück oder jep können wir hmm das ist echt gruselig hier okay ja dann gehen wir mal weiter da sind wir hergekommen und da geht es weiter schätze ich mal was kommt jetzt ich bin gespannt vielleicht können wir Rubik irgendwie helfen ich weiß nicht schlecht wäre es ja nicht oh ha ah Freunde wenn ich das schon wieder sehe Stolperdraht was war das denn hm komisch aber der Raum erschien mir wichtig so und ich hatte recht ja bisschen Gehirn so ich würde jetzt trotzdem ganz gern schleichend hier wieder rausgehen ist da was passiert weiß auch nicht na gut dann stelle ich mich wieder ja hier ist auch was ja reicht mir schon reicht mir schon um da nicht rein zu gehören oh Entschuldigung ich hab die wahrscheinlich geweckt jetzt grad ja Kontrollpunkt yay hmm natürlich oh na toll ist das einfach nur rot oder ist das eine Bombe ist auch nicht da ist auf jeden Fall ein Stolperdraht scheiße ich brauche Deckel oh hä das ist Wahnsinn aua ah ok das habe ich nicht kommen sehen ganz ehrlich heftig heftig aber ja gut das klingt jetzt logisch das klingt gerade sehr logisch so genau und dann können wir ihn ja wohl der musste uns ja sehen oder musste der uns sehen ich weiß es nicht kann ich denn von hinten abschieben so scheiße ich brauche Deckel naja solange wir geplucht bleiben ist irgendwie alles chillig das ist Wahnsinn das ist Wahnsinn oh ja der hat sich nicht geduckt ok ja wir sollten geduckt bleiben ok bleib ja unten nicht dass der jetzt wieder hoch gehen will ist hier noch irgendwo was außer die Bombe ok geschafft Fragezeichen ja sieht so aus aber hä wer hat mich denn da jetzt gesehen die alter he ich hatte da gerade eine Fackel hä wer beschießt mich denn hier wo denn wo denn irgendwo hier hallo toll ähm ähm ja scheint so äh Zeit für Sniper oder wo ist er da alles klar ne doch nicht hä und wo kommt denn der Schuss da oben ich sehe hier niemanden gerade ja schön das ja es sieht so aus als würde es von da kommen ne ja da kommt Licht und da wird geschossen Licht und Schuss da alles klar jetzt habe ich ihn gesehen ne ok muss man ja erst mal sehen wo der herkommt man ok ja wir füllen hier mal auf und können hier jetzt mehr mitnehmen kann ich hier irgendwas ausstärken nein ok aber hier kann ich hochgehen wunderbar oh halt nimm mal bitte ne Spritzer ich hab grad ein bisschen Gesundheitsmangel so leicht kann ich hier nicht noch nachladen nö ok wer sucht mich denn heute ahja hat der das für den Dicken jetzt grad abgefangen schnell verbrennt ja sehr gut nachladen und Muni nehmen sehr gut so habe ich mir das vorgestellt so stelle ich mir das vor oh mein Gott Freunde ich sehe grad die Zeit ist um da ist eine Bombe he Freunde wir machen das nächste Mal weiter ich hoffe euch hat's gefallen wird spannend weitergehen denke ich die Werkzeuge des Meisters heißt Kapitel 10 nochmal sehen was die Werkzeuge denn sind vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal macht's gut und tschüss bis zum nächsten Mal